So Leute, ich war in London, um mir eine neue Serie anzuschauen, die rauskommt. Ich wurde zwar erstmal fast vom Busplatz gefahren, doch dann habe ich die königliche Garde gesehen. Einer hatte einfach einen Krampf in der linken Wade. Tja, jetzt schnell Hut richten und dann geht's weiter. Und ich habe freshe Insta-Bilder gemacht. Doch dann haben wir jemanden gesehen, der über die... BAM! ...Themse springen wollte. Tja, das war nichts, aber Julis Outfit war so fresh. Und ich hatte Sandalen an. Von 1 bis 10, wo ratete die? Kann man die überhaupt tragen? Doch dann sind wir in die Halle gegangen. Und ich habe durch die Büsche was krasses gesehen. Und zwar wie dieser Playboy fotografiert wird von tausend Fotografen. Ähm, und dann... Ey, hörst du das draußen? Ne, haben wir nicht gehört. Irgendwann ging es dann auch zum Screening von Fallout und dann habe ich das hier gesehen.